We Love Handball Der Podcast von Handball World mit Host Karin Weigelt Präsentiert von der Concordia, dem offiziellen Krankenversicherer von Handball Schweiz We Love Handball Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge vom Handball World Podcast We Love Handball, unterstützt von der Concordia Versicherung und von Spar und unterstützt auch du dein Team bei jedem Einkauf mit der Spar Handball App Er gehört quasi zum Inventar von Pfadi Winterthur und sei gemäss vom Präsidenten von Pfadi ein grosses Vorbild für alle Nachwuchsspieler Die Rede ist von Seretinovski, der nicht nur in der Schweizer Liga auf sich aufmerksam macht sondern auch in den Schweizer Nazi zum Kernteam von Miri Sutter zählt Denn der Linkshänder ist viel schnell, treffsicher und leistet eben auch in der Abwehr und ist auch ganz ein wichtiger Beitrag zum Erfolg der Mannschaft Mehr über den zweifach Schweizer Meister erfahren wir jetzt im Gespräch Herzlich Willkommen Cedric Trinowski Hoi Karin, hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung und schonmal danke für die Lorbeeren Das war eine liebe Begrössung Wir wollen auch gleich loslegen, denn wir haben einiges zu besprechen Und wie immer gibt es drei Teile Wir starten mit dem ersten, wo es um aktuelles aus dem Handballalltag geht Die erste Schweizer Handball-Liga, die QHL, ist so ausgleichen und attraktiv wie schon lange nicht mehr Klar, die ersten Spiele sind erst eine Handvoll gespielt worden und trotzdem mussten eigentlich alle Teams schon Punkte liegen lassen Wie bist du zufrieden mit dem Start der Saison? Eigentlich recht gut, muss ich sagen Wir hatten ein schwieriges erstes Auswertspiel wie Luzern wo wir am Schluss knapp verloren haben Aber ich glaube, für den aktuellen Stand unserer Mannschaft Wir hatten doch einen Umbruch, wir hatten gewichtige Abgänge Ich kann sagen, wir sind eigentlich recht gut dabei Wir konnten alle andere Spiele gewinnen Jetzt eigentlich auch eher ein bisschen überraschend in Schaffhausen wo wir eigentlich in der Vergangenheit immer uns ein bisschen schwer hatten zum generellen Spiel gewinnen gewesen Und von dem her bin ich eigentlich momentan sehr zufrieden, wie wir spielen Du hast gerade vorhin erwähnt, haben Veränderungen im Kader Hast du das Gefühl, sind wir stärker oder schwächer als letztes Jahr? Ich glaube, es verschiebt sich ein bisschen Ich habe das Gefühl, wir sind in der Defense sicher wieder etwas sattelfester Wir haben hier mit Viran Moros einen Weltstar bei uns der unsere Defense auch nochmals auf ein neues Level halten sollte und er macht es bis jetzt wirklich auch hervorragend Und ich glaube, dafür im Angriff haben wir sicher mit Sidorovic, wo gegangen ist haben wir einen riesen Verlust, wo man so nicht eins zu eins kompensieren kann Und da muss jetzt halt den gesamten Rückraum ein bisschen mehr in die Pressure springen Und man probiert es vielleicht irgendwie ein bisschen anders mit ein bisschen mehr jugendlichem Spielwitz zu kompensieren Aber ich glaube, vorne sind wir tendenziell ein bisschen schwächer Ich glaube, dafür hinten ein bisschen stärker Also alles in allem, glaube ich, sollten wir ähnlich gut sein wie letztes Jahr Ja, das ist Viran Moros angesprochen, ein Spanier Und ich glaube, da darf man an dieser Stelle schon noch erwähnen Er ist zwar relativ alt, darf man glaube ich sagen Er wird nächstes Jahr 40 für einen Handballspieler schon ein bisschen in die Jahre gekommen Aber Abwehrspezialist durch und durch 252 Länderspiele für Spanien Und unglaublicher Palmares, also schon zum besten Abwehrspieler bei Europameisterschaften gewählt worden Europameister worden, Europaweltmeister auch worden Ein Prinz bei Olympia in Tokio Also da können wir wirklich in die Schwärme kommen Wie ist es mit so einem Spieler zusammen zu spielen? Ja, es ist jedes Mal wieder unglaublich Wenn man da die Zahlen gehört und seine Statistiken Was er schon gut hat, wo er gespielt hat Ich glaube, es ist, wie soll ich sagen Es war recht speziell, weil er kam Und er ist so ein bodenständiger, offener, liebenswerter Mensch Wo ich finde, so Gerade Sportler auf seinem Level Das, glaube ich, findet man nicht so oft Und er konnte sich wirklich so schnell integrieren Ich habe das Gefühl, er ist schon seit ewig in diesem Verein So wie er sich präsentiert, wie er sich gibt Auch gegenüber Sponsoren und den Medien Da merkt man einfach, er ist wirklich Vollprofi und ein Superstar durch und durch Und es ist wirklich sehr angenehm Also man kann sehr viel profitieren von ihm Er probiert jedes Training einmal Mir noch einen Tipp oder zwei mit auf den Weg zu geben Er hat Inputs generell taktisch Wie man die Defense verbessern kann Also das ist natürlich Ja, jetzt gerade für mich auch Wo er doch auch noch entscheidende Rollen hat Anmerks in der Deckung Ist es natürlich sehr wertvoll, so einen Spieler neben mir zu haben Also wie muss man sich das genau vorstellen? Wird er wirklich auch ins Training eingreifen Mit dem Trainer vorher absprechen Oder mehr so auf der individuellen Ebene? Ein bisschen beides Also während dem Training greift er eigentlich nicht so oft ein Es sind mehr so in den Videositzungen Oder in den Taktikbesprechungen Wo er dann vielleicht mal noch ein paar kritische Fragen stellt Oder sagt, wir haben es ja so gemacht Was ist der Grund, wieso wir es da anders machen Und im Training sind es dann wirklich So die One-on-One-Coachings Wo er einmal sagt, hey, ich gehe ein bisschen weiter Führer, komme dort ein bisschen mehr zurück Gehe ein bisschen mehr dort, mache ein bisschen mehr das Also es sind wirklich so beide Komponenten Jetzt eben sind da stark aufgestellt Trotz der vielen Abgängen, die wir noch hatten Von letzter Saison Was rechnet ihr euch aus für den Saison? Ja, ich glaube Bei uns in Winterthur habe ich immer den Anspruch Um die Titel zu mitspielen Ich glaube, dieses Jahr haben wir das auch wieder als Ziel definiert Absolut Ich glaube aber, man muss auch sehen, dass andere Teams extrem aufgerüstet haben Es ist nicht, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlussstrich Nur Schaffhausen, der da ein super Kader hat Also mit Kriens-Luzern Ich meine, die haben Top-Weltklassen-Spieler auch in der Mannschaft Dann hat man einen GC, der extrem aufgerüstet hat Es hat so viele unangenehme Gegner, die mir auch manchmal schwer tun Auch St. Gallen, die wir ja letztes Jahr schon sehr Mühe hatten in den Playoffs Die sind das Jahr eigentlich umverändert Und von dem her Ich glaube, das ist das Jahr etwas enger und etwas schwieriger Ich glaube, zwischen Platz 1, 4 und 5 ist eigentlich alles möglich Und von dem her Wir haben die Ziele, um vorne mitspielen Aber ich glaube, es wird noch mal etwas schwieriger als letztes Jahr Und die Favoriten, das sind die, die du schon genannt hast Oder kannst du dich da schon festlegen auf einen? Ich würde schon sagen, es sind Schaffhausen und Luzern Aber das ist so meine Meinung Logisch, ich glaube, bei Kriens entscheidet sich Wie gesund kommen alle Spieler durch die Saison Wenn sie gesund sind, alle, die Top-Spieler mit Schmid und Böhm Und wer sie alle haben Dann glaube ich, dann haben die reellen Chancen, um vorne mitspielen Und Bischofhausen das Gleiche Da steht zum Fall auch ein wenig Wenn ein Ganejas dabei ist oder nicht Ist das natürlich schon etwas anderes Ich glaube, das wird noch spannend zu sehen Auf jeden Fall attraktiv war es bis jetzt schon Die ersten Spiele von all diesen Mannschaften zu sehen Wo es eben doch ein paar Stars in dieser Liga gibt Unter anderem gibt es auch neue Regeln in dieser Saison Unter anderem eben das schnelle Anspiel Wo man eben nicht mehr den Fuss genau auf den Anspielpunkt setzen So etwas kommt ja gerade eurer Spielweise Und deine Qualität eigentlich recht zu gut, oder? Extrem Ich habe mich immer so genervt, wenn wir zurückgepfiffen wurden Irgendwie das Anspiel ist nicht ganz korrekt ausgeführt worden Man hat teilweise schon auf Zentimeter geschaut Da habe ich mich immer extrem aufregen Und von dem her kommt mir das sehr entgegen Ich bin gerne einer, der mal so schnell in der Mitte spielt Also wirklich einfach mal durchläuft Und probiert irgendwie so etwas für Unruhe zu sorgen Und von dem her auf diese Regeln habe ich mich eigentlich schon gefreut Ja Jetzt gibt es etwas anderes, das mich auch als Flügelspieler immer verzweifeln lässt Wenn man nämlich in der Abwehr als Flügel Du stehst meistens als Zweier dort aber gar nichts mehr machen als Flügelabwehrspieler Wie ist denn das? Wie nimmst du das auf? Ja, es ist... Ich finde es dort ein wenig zu extrem Also ich glaube, wenn man es anschaut Im Rückraum hat man bei gewissen Durchbrüchen Wenn man zwischen zwei Spielen durchkommt, bekommt man den Kontakt Und manchmal pfeifen es dann, ja, das ist Vorteil Oder sie pfeifen keinen Freistoß Und Flügel darfst du eigentlich gar nicht mehr anlangen Also wirklich... Du darfst eigentlich nichts mehr machen, das verstehe ich nicht ganz Ich verstehe es, wenn man jetzt irgendwie so extrem zuschiebt Dass es wirklich gefährlich wird für den angreifenden Flügelspieler Dann verstehe ich das völlig Das ist auch sinnlos, meiner Meinung nach Aber dass so gar keine... oder so eine Nulltoleranz Das, ja, finde ich, tut dem Sport eigentlich nicht so gut Und es kann halt auch etwas ausgenutzt werden, wenn man das Als angreifender Spieler weiss Und man ist sich vielleicht gerade etwas unsicher Oder ja, man hat das Gefühl, vielleicht ist das ein schwieriger Wurf Dann geht man vielleicht etwas näher zum Abwehrspieler Er hofft auf den Kontakt Und der Schiri, wenn er es irgendwie ein bisschen anders einschätzt In dieser Situation, dann gibt er halt den Penalty Und darum, glaube ich, ist das eine schwierige Regel Ja, ich finde es auch schwierig Und ich hoffe, dass da vielleicht irgendwann mit der Korrektur kommt Dass man einfach wieder mehr Handball spielen kann Und weniger muss sich auf der Schiri verlassen Ich würde gerne auf die Herren-Nazi zu sprechen kommen Da bist du ja auch ein Teil davon Wir können leider mit der Nationalmannschaft nicht so viele Titel Wie jetzt den Viran Moros vorlegen, sind Palmares Aber wir machen die kleinen Schritte Und das Ziel wäre jetzt bei der nächsten Europameisterschaft Wieder mit dabei zu sein Die würde dann im Januar 2024 in Deutschland stattfinden Ich glaube, auch für Andi Schmid wäre das so ein Highlight in seiner Karriere Wenn das noch klappen würde Du hast auch 38 Länderspiele 38 Goal sogar schon geschossen Was erwartest du? Es gibt ja das EM-Spiel gegen Georgien am 12. Oktober Was erwartest du bei diesem Gegner? Das sind immer die gefährlichen Gegner Weil auf dem Papier sagt man ja Die müssen ja sowieso schlagen Die sind ja klar schlechter als ihr Aber man vergisst immer, dass auch die Die machen ihre Arbeit gut Ihre Jugendförderung Die haben junge Spieler Wir hatten ja einen bei uns Letzte Saison mit dem Couvre Batsche Die sind sehr talentiert und sehr gefährlich Und ich glaube, dass die Gegner unterschätzen Das ist immer das Gefährliche Auf der anderen Seite muss man sagen Wir müssen die Gegner schlagen Also das muss auch ein Anspruch sein Wenn man an eine Endrunde will Dann muss man gegen die Gegner gewinnen Und ich glaube, so werden wir auch in die ganze Kampagne gehen Das ist gerade ein Gegner Den müssen wir zwingend schlagen Und was nachher dann kommt Das muss man dann neu beurteilen Was man auf jeden Fall schon wissen Das ist die Gruppe Die Gruppe ist mit Ungarn, Georgien Die wird dann am 12. Oktober Zuhause gespielt wird Und Litauen Das sind die drei Gegner Eigentlich Und man müsste erst oder zweit werden Dass man direkt qualifiziert wäre Und dann kommen auch noch die vier besten Gruppen Dritten Von diesen acht Quali-Gruppen Das ist etwas kompliziert Aber die kommen auch noch weiter Also die Chancen sind eigentlich schon gut Und wenn man es nicht schaffen würde Wäre schon eine grosse Enttäuschung Kann man das schon so sagen? Ja erstens, weil wir diese Ziele haben Wir wollen an Endrunden Und zweitens im Nachbarland Im handballbegeisterten Deutschland Wenn dort eine EM stattfindet Und man hat die Chance dabei sein Dann will man das um jeden Preis Und wenn man das nicht schafft Dann ist man natürlich umso mehr enttoschen Aber ich glaube Es ist Eigentlich mehr so ein Nebeneffekt Es ist jetzt in Deutschland Das ist mega schön Aber ich glaube Wir wollen einfach an eine Endrunde Sie können irgendwo stattfinden Wir wollen dort einfach dabei sein Und ja von dem her Wir freuen uns mega auf die Quali Die jetzt kommt Aber wir wissen auch Es wird eine schwierige Quali Es werden eine harte Spiel Es sind unangenehme Gegner Und ja jetzt müssen wir uns dann Möglichst gut auf diese vorbereiten Also ein Ticket vorverkaufen ist auch schon gestartet Wir hoffen natürlich Dass ihr volles Publikum habt Das euch dann zusätzlich unterstützt Also wenigstens der Einstieg Auf jeden Fall schon mal Es gut gelingen wird dann Und das ist in Gümligen Bei der Mobiliar-Arena Also man kann auf der Webseite vom SAV Findet ihr mehr Informationen dazu Es sind ja mit der Nationalmannschaft Rechte internationale Truppen Sie haben jetzt momentan Neue Bundesliga-Legionäre Also es ist mehr als die Hälfte Von der Mannschaft Kommt eigentlich aus der Bundesliga Wie ist das? Bereichert das die Nazi eher? Oder ist es eher schwieriger geworden Im Zusammenspiel? Nein, ich glaube das bereichert die Nazi Weil die Spieler Die machen so viele Fortschritte Die entwickeln sich so gut In der Bundesliga Jetzt gehen die jungen Spieler Und wenn man sieht Jetzt ein Semizender Der schon Fuse ertragende Rolle hatte Geht in die Bundesliga Und knüpft einfach genau dort an Er spielt überragend Aber ich glaube für ihn Es sind neue Herausforderungen Neues Umfeld Und er lernt so viel Auch mit etwas mehr Druck Umzugehen Als man hier in der Schweiz Vorher etwas mehr zu schauen Und das hilft Jetzt gerade so Spieler Sicher mehr Als dass es irgendwie Schaden würde Und darum glaube ich Also alle die Spieler Die jetzt den Schritt gewagt haben Jetzt auch in dem Sommer Wo sie wirklich auf Deutschland gegangen sind Ich glaube das bereichert die Nazi sehr Wir wissen, dass ein ganz anderes Niveau Detail herrscht Dass auch andere Möglichkeiten In Deutschland Um Handball zu spielen Und internationales Niveau Ist ja gefordert Die Nazi An dieser Stelle Ich erwähne Dass wir übrigens 2024 internationalen Anlass haben In der Schweiz Handball Europameisterschaft Von den Frauen Die stattfindet In Basel Und im November Spielt ja auch Die Frauennationalmannschaft Das erste Mal An der Europameisterschaft In Slowenien Ist das etwas Was du auch ein bisschen verfolgst Der Frauenhandball Ich glaube es hat Es hat sicher zugegen In den letzten Jahren Also ich würde lügen Wenn ich sage Ich bin von Anfang an Immer voll dabei gewesen Aber man hat schon Ein paar Schnittpunkte Und ich finde es auch cool Wie sie jetzt in den Medien Ein bisschen präsenter sind Wie die Spiele Vielleicht auch mal übertragen werden Oder sie finden ja auch In einem grösseren Rahmen statt Was ein bisschen Ein bisschen mehr Eventcharakter hat Und nicht nur Ein Handballspiel Und das bereichert Sicher der Frauensport Extrem Und dadurch habe ich Auch ein bisschen mehr Den Bezug dazu gefunden Und eben Wie du sagst Es ist eigentlich historisch Was passiert Man hat sehr viel investiert Muss man sagen Von Vereinsseiten Und dass das jetzt Die ersten Früchte wird Ist natürlich schön Also die EM startet dann Ab dem 3. November Es gibt eine Hammergruppe dort Mit Norwegen, Ungarn, Kroatien Also gerade einmal Die Beste Die man eigentlich in der Vorrunde Aber auf jeden Fall Laufen die Vorbereitungen Auf Hochtouren Und eben voraussichtlich Gibt es dann auch Ein EM-Studio vor Ort Also da kann man sich sicher Dann auch informieren Wenn man sonst nicht so nah An der Zeit reist Ja das führt uns Auch schon zum nächsten Teil Weil du hast ja selber Schon an einem internationalen Turnier Dürfen mitspielen Und zwar an einer WM Bist du aufgelaufen Für die Schweizer Nazi Darüber wollen wir reden Und mehr erfahren Und zwar im zweiten Teil Wir bleiben gerade beim Thema Weltmeisterschaft 2021 Und zwar warst du in Ägypten dabei Wie war das für dich? Ja das ist wirklich Das ist wirklich eine Story Von A bis Z ist So ist irgendwie Speziell gelaufen Mit der kurzfristigen Anreise Langes Gepäck nicht Und dann haben wir Auf den Punkt Trotzdem parat gewesen Ohne grosse Vorbereitung Das erste Spiel gegen Östreich Dann ist schon mal Der erste Druck War weg Und dann so im weiteren Verlauf Wir haben eigentlich Superleistungen gezeigt Wir haben eben noch Eis lang geschlagen Und wir sind als Mannschaft Wir haben es einfach extrem gut gehabt Es war auch Ja eigentlich Extrem gut organisiert Das ganze Turnier Es war natürlich auch schön Es war irgendwie Im Januar mal Bei 25 Grad Einen Kaffee trinken In der Sonne Muss ich auch sagen Wir haben es extrem lustig Also es ist wirklich Ich hätte es mir nicht besser Vorstellen Es ist ein wahnsinniges Erlebnis Und ich schaue immer wieder Gerne zurück Und vor allem ist es ja Die Corona-Weltmeisterschaft War ich ein bisschen so sagen Wir haben durften Nachrücken damals Für die USA Wo Corona bedingt Absegen mussten Und ich glaube Das war auch ein Highlight Während einer Zeit Wo man selber In der Liga Nicht richtig spielen konnte Und die Spiele Geisterspiele waren Ich glaube auch noch etwas Spezielles Absolut Generell Geisterspiele Das ist ja Für einen Sportler Ist das extrem schwierig Weil Die Zuschauer Geben eigentlich Am Sport Das Leben Die Emotionen Die entstehen eigentlich Nur in Kombination Mit den Zuschauern Es hat immer So ein bisschen Testspielcharakter Eigentlich Und jetzt An dieser WM Wir haben es trotzdem Irgendwie geschafft Es waren immer noch Ein paar Helfer Vor Ort Und die Ägypter Teilweise haben Ein bisschen mehr Helfer reinlassen Als es wirklich Gebrauchte Aber dadurch Du hast Stimmung Und das war eigentlich Eine super Abwechslung Zu dem tristen Alltag In der Schweiz Geherrscht Wir reden jetzt In diesem Teil Über Highlights Und wir kommen da Jetzt gerade mit Fadi Winterthur In Verbindung Playoffs 2021 In Sinn Dort haben die Akadette Schaffhausen 3 zu 0 Im Playoff-Final geschlagen Und sind dann eben Souverän auch Meister Wurde Das ist eines Von den Highlights Wo du zuerst In die Karriere Denkst du Absolut Ja Vor allem Weil wir einfach Extrem oft Zweiter geworden sind Oder sogar Nachher früher In den Playoffs Wir sind immer wieder Wir sind aber auch Im Finale Mal gegen Turnen Das hat extrem weh Und von dem her Nach so viel Anläufe Also für mich Persönlich auch Aber auch für den Verein Endlich wieder Den Schweizer Meistertitel Führen Das ist sicher Ein riesiges Highlight Und das war Eine Saison Wo wir eigentlich Von A bis Z Wir hatten Eine super konstante Saison Wir hatten Die Hochs Und die Tiefs Die sind Wir hatten mehr Hochs Als Tiefs Und Wir sind Souverän Auch durch die Playoffs Gegen meiner Meinung nach Schwierige und starke Gegner Und wir haben es Irgendwie geschafft Dass wir diese Spiele Gewonnen haben Und Wenn ich so zurückdenke Das war schon eindrücklich Wie wir das gemacht haben Ja Sind wir schwierig gefunden Fröhner Wenn man mich gefragt hat Was war dein Highlight In dieser Karriere Sind wir ganz schwierig Funden etwas rauszupicken Aber hast du noch etwas Was sagst Das hat sich jetzt wirklich In mein Herz reinbrennt Was würdest du mit uns Teilen Das Highlight Ein einziges hervorzuheben Schwierig Wir haben gesagt Wir haben die WM Das war sicher ein Highlight Dann gibt es aber Von der Nationalmannschaft her Aber Ist für mich irgendwie so Das Spiel Auswärts in Serbien Wo wir uns definitiv Qualifiziert haben Das war für mich Ein Highlight Einfach auch wieder Es ist 40 Grad In der Halle Man hat geschwitzt Man konnte sich nicht mehr In der Garderobe In der Garderobe Sich umziehen Weil es noch heisser war Extrem schön Aber ich muss auch sagen Die Europacup Spiele Mit dieser Gruppenphase In Berlin Auswärts Das ist unglaublich Die E-Tour Ich muss auch sagen Die Bundesliga Spieler Die vielleicht fast jede Woche Haben Und für uns ist es Ein Highlight Aber ich schaue gerne Auf diese Sachen zurück Und ich würde sagen Das sind so die wichtigsten Ja Die wichtigsten Punkte Oder Ja Situationen Die ich herausheben Und da merken wir Es geht nicht immer nur Um Titel Und irgendwelche Pokale Wo man am Schluss keine Höhe stemmen Sondern es gibt ganz viele Emotionen dabei Ich hoffe für dich Natürlich Dass noch ganz viele weitere Highlights dazukommen Denn du bist noch jung Und wir wollen jetzt ein bisschen Mehr von dir noch erfahren Und gehen zum dritten Teil Wo es um dich persönlich geht We love Handball Der Handball-World-Podcast Inside Ja du bist Linkshänder Spielst am Flügel rechts Und bist eben auch in der Abwehr Und ein wichtiger Mann Du stehst meistens Auf dem Zweieraltdecken Ist das so deine Traumposition Oder bist du einer Wer eigentlich lieber Rückrum spielen würde Ja Es ist eine schwierige Frage Zu beantworten Wie mit meinen aktuellen Qualitäten Glaub ich Ist das meine Traumposition Dann muss ich sagen Für alles andere Lange es nicht Ich glaube Wenn ich es wählen könnte Würde ich vielleicht Schon ein bisschen mehr Einfluss Willen nehmen Und vielleicht Position reinrücken Mal auf dem Zweier angreifen Aber Ja Das ist Jammer Auf hohem Niveau Ich finde es mega Dass ich in der Deckung Eine wichtige Rolle Einnehme Und vorne Ist dann doch eine schöne Pausen machen Weil es ist schon Anstrengend Das Decken Ich teile Das gleiche Schicksal Wie du In meiner Karriere Ich habe genau das gleiche gemacht Ich habe ursprünglich Rückraum gelernt Und mir hat es manchmal Wehtut Dass die Abwehrleistung Die man auch bringt Manchmal nicht so viel Anerkennung bekommt Wie eben die Topscorer sind Wie gehst du damit um? Das stört mich gar nicht Es ist mir eigentlich Auch gleich Wie viel Goal An sich schiessen Das meine ich wirklich so Ich bin super zufrieden Wenn ich Eines Goals schiessen Und mich gewinnen Wenn ich aber sehe Wir haben eine super Deckung Hingestellt Und ich war ein wichtiger Teil Davon Dann ist das für mich Befriedigung genug Und ich brauche auch nicht Den Applaus Von den Rängen Die sagen Hey du hast super verteidigt Es reicht mir Wenn ich das weiss Oder wenn auch Das Team intern Wenn wir wissen Hey wir haben das super gemacht Und ich habe vielleicht Eine super Rolle gespielt Dann reicht mir das eigentlich schon Und ich brauche auch gar nicht Die Lorbeeren Für das mache ich es wirklich nicht Also voll der Mannschaftssportler Sehr schön Wie bist du überhaupt Zu diesem Mannschaftssport Zu diesem Handball gekommen? Ja wie viele wissen Das ist eigentlich Mein älterer Bruder Der Joel Hat ja vor mir Eigentlich angefangen Mit Handball spielen Durch mein Götti eigentlich Der hat damals Bei Kloten Handball Aus der Umgebung Hat er eigentlich Leute Probiert zu rekrutieren Und dass man eine Mannschaft Zusammenbringt Dann hat er unter anderem Der Joel Im Verein geholt Und mich dann auch Wir haben eigentlich Fast gleichzeitig angefangen Er war einfach Schon bei den Eltern Und ich habe aber gleichzeitig Auch noch Fussball gespielt Und habe mich dann lustigerweise Irgendwann wo es Trainingstechnisch Nicht mehr aneinander Vorbeigegangen ist Ich habe mich für Fussball entschieden Und habe dann eigentlich Kurze Zeit Ich glaube es sind zwei Jahre Oder so Ich bin nicht mehr ganz sicher Ich habe nur Fussball gespielt Und dann aber Das Ära-Final-Turnier Von dem Joel Bin ich zuzuschauen Und dann hat es mich Irgendwie wieder gepackt Und dann habe ich gesagt Ich muss auch wieder Zurück in den Sport Und dann bin ich Dann bin ich eigentlich Zurück zu Klote Spielen Und so hat es dann Ja Sein Lauf genommen Und dann zu Winti gewechselt Und das ist eh und je Dann gibt es zwar hypothetisch Aber denkst du jetzt Manchmal darüber noch Dass vielleicht auch Hättest du im Fussball Den gleichen Weg machen Und dann natürlich auch Finanziell etwas anderes Wird passieren Als beim Handball Ja Also ich sage Das Einzige Was mich verwundern ist Wie weit würde ich es Wirklich bringen Im Fussball Weil ich glaube Ganz untalentiert bin ich nicht Aber Ja Es wäre jetzt vermessen zu sagen Dass ich da mitspielen könnte Aber es nimmt mich Gleich mal Wunder Für welches Niveau Hätte es gelangt Und äh Und äh Das andere ist rein hypothetisch Es ist immer die Frage Mit wem man sich vergleicht Wenn ich sage Mit anderen Sportarten Dann fühle ich mich Im Handball finanziell wieder Gut Oder von dem her Also dem traue ich eigentlich Nicht an Jetzt ist ja für viele Junge Sportlerinnen und Sportler Eine Herausforderung heute Die Ausbildung Und den Sport zu kombinieren Wie hast du das damals gemacht? Ich habe Also schultechnisch Ich habe eigentlich alles Normal gemacht Also ich habe normal Bis in die 6. Klasse Dann habe ich Zwei Jahre normal Sekt gemacht Die 13 Jahre Ich habe dann schon in der Sportschule gemacht In Zürich Also in Oerliken Und dann habe ich Aber nachher eigentlich Normale Lehre gesucht Und dort ist so ein bisschen Der Lehrbetrieb Wo ich gefunden habe Der hat eigentlich Wie solche Sportler unterstützt Also ich konnte Eigentlich wirklich Keine Minusstunden machen Das heisst Wenn ich für das Training Am Nachmittag zum Beispiel Dann konnte ich einfach gehen Und dann musste ich Nicht diese Stunden Kompensieren Oder irgendwie so Und dort hatte ich Eigentlich so eine Unterstützung Und berufschultechnisch Ich habe einfach alles Normal gemacht Und das ist eigentlich So gut gegangen Aber ich glaube man braucht So einen Lehrbetrieb Also jetzt wenn man eine Lehre machen will Die einen da unterstützt Und wo eben vielleicht Ein paar Freiheiten mehr gibt Als es normal ist In der Schweiz Und das habe ich gehabt Und für das bin ich Ja sehr dankbar Das hat sich auch einiges zu tun So in der Förderung Von Nachwuchstalente Du hast vorhin Bei den Frauen Auch angesprochen Was im Verband passiert Die trainieren ja jetzt Im Spitzensportzentrum Auch mit der Concordia Handballakademie Aber auch in Schaffhausen Gibt es ja schon seit langem Die Nationalakademie Oder in Bern Gibt es auch so eine Akademie Wie sieht es denn bei Fadi Winterthur aus Was macht ihr mit dem Nachwuchs Ich weiss einfach gar nicht Also bei uns ist Bei uns ist sicher auch etwas in der Planung Ich kann dir aber nicht Genau sagen Wie der Stand der Dinge ist Was man aber jetzt Schon sieht ist Wir haben eigentlich Sehr guten Nachwuchs Also unsere Teams Haben ja letztes Jahr Recht performt Mit den diversen Titeln Die sie gewonnen haben Und spielen ja eigentlich In den höchsten Spielklassen Also von dem her Wird schon sehr gute Arbeit geleistet Aber eben Ich glaube Wenn man so eine Academy hat Dann gibt es natürlich Schon nochmal einen anderen Mehrwert Und ist vielleicht auch Attraktiver Für noch mehr Talente Auf Winterthur zu kommen Jetzt eben Du bist eigentlich noch recht jung Bist 26 Jahre alt Aber machst du dir Trotzdem schon ein paar Gedanken Ob du in Zukunft Mal eben Willst du Im Nachwuchs Irgendwie Als Trainer Oder als Funktionär Irgendwie Irgendwie Mit mit Kind Also das mache ich Mega gerne Aber ich glaube Wenn ich mal fertig bin So mit Handball Dann habe ich das Gefühl Dann möchte ich Irgendwie meinen Fokus Auf etwas anderes legen Und dafür Dann 100% Ja wieder Die neue Herausforderung Angehen Und ich glaube Also ich habe das Gefühl Dann ist wahrscheinlich gar Nicht so viel Platz Zum dem gerecht werden Trotzdem noch Super Trainings Für die Jungs Können zu machen Und so Und darum Bis jetzt habe ich es Irgendwie nicht mehr Beantworten Nein ich sehe mich nicht Im Handball Aber ja mal schauen Man sollte nie Nie sagen Man braucht ja nicht Alle Handball Freaks Die Taktik Fuchs sind Die dann am Schluss Trainer werden Sondern vielleicht wirst du Auch ein erfolgreicher Geschäftsmann Und dann können wir Von dir profitieren Als Sponsor in Zukunft Auch nicht schlecht Für den Handball Erzähl mal Wieso dein Tagesablauf Ein bisschen ausgesehen Wie viel trainiert So eine QHL Mannschaft Überhaupt Ähm Ja man muss es ein bisschen Man muss es ein bisschen Relativieren Weil wir bei uns eigentlich Spieler haben Die so ein bisschen Das Vollprofi Leben haben Da gehören eigentlich Viele ausländische Spieler dazu Aber auch Leute Die studieren Und dann gibt es solche Die vielleicht ein Zwei Trainings Ein bisschen anders machen Jetzt wie nicht Weil ich halt noch Arbeit Jetzt bei mir ist es Also normalerweise ist eigentlich Montag sind zwei Trainings Morgen und Abend Dienstag ist ein Morgentraining Also zwei hintereinander Kraft und Halle Mittwoch sind wieder zwei Trainings Und Donnerstag sind wieder zwei Trainings Freitag ist eins Und bei mir Bei gewissen Leuten Gewissen anderen Spieler Die am Arbeiten sind Ich hole dann Die Krafttraining Die sie am Morgen haben Hohle ich einfach Am Abend an Und dadurch Ist mein Tagesablauf Eigentlich Gleich Ich gehe morgens auf die sieben Viertel ab sieben So gehe ich arbeiten Bis halb eins Mal schauen So dort rum Dann komme ich nach Hause Dann habe ich meistens noch Ein bisschen Zeit Für ein Studium Das habe ich auch noch Nebendran Und dann gehe ich ins Training Und dann komme ich nach Hause Und dann habe ich vielleicht noch Ein, zwei Stunden mit der Familie Und dann ist der Tag auch schon vorbei Und das ist jetzt perfekt für dich Oder sagst du Hey, ich würde eigentlich auch gerne Mal ein bisschen auf Profi machen Ich habe auf Profi gemacht Nach der Ähm Nach der Lehre Ja, nach der Lehre Habe ich mal Eineinhalb Jahre Profi gemacht Aber ich habe gemerkt Für mich Für mich ist das nichts Weil Irgendwo durch Es hat mir etwas gefehlt Also ich habe sehr gerne Wenn mein Tag so durchgetaktet ist Ich habe sehr gerne Dass ich viel zu tun habe Dass ich meinen Kopf v.a. brauche Ich habe das Gefühl Ich bin dann viel wacher Ich bin dann viel fitter Und als ich Das Profi Profi Jahr hatte Dann bin ich dann vielleicht Ja, halt zum den Tag Umbringen Zwischen den Trainings War manchmal recht viel Zeit Da geht man vielleicht Irgendwo gehen Und man hat Zeit Um Mühe zu werden Oder ich habe es dann Am Anfang Fälschlicherweise genutzt Ich bin vielleicht nochmal Zusätzlich trainieren Was mein Körper eigentlich Überhaupt nicht gut hat Und seit ich das eigentlich So mache Mit meinem vollen Tagesprogramm Geht es mir super Ich habe eigentlich Die letzten zwei Jahre Fast durchgespielt Eigentlich nie mehr grosse Verletzungen gehabt Und von dem muss ich sagen Das ist genau mein Ding Aber in der Schweiz Kann man schon quasi Genug verdienen Im Handball Dass man eigentlich Locker davon leben könnte Also Ich weiss Ich kann es dir nicht sagen Wie es halt Ligaübergreifend ist Weil ich glaube Da gibt es schon Rechte Unterschiede Ich sage bei uns jetzt In der Mannschaft Ist es so Hälfte Hälfte Also ich sage so Die Hälfte kann wahrscheinlich Gut davon leben Und die andere Hälfte Jetzt ist es halt mehr Ja man kann sich sicher Sehr gut Das Studium auch noch finanzieren Wir haben ja viele Studenten Die noch sehr jung sind Und wir haben jetzt generell Viele junge Spieler Und dann ist es dann Dann funktioniert das super Aber ich glaube Es gibt sicher auch Ein paar Die nicht davon leben können Eine Frage Die man eigentlich vorher schon Auf der Zunge gejuckt ist Aber ich wollte sie noch nicht Stellen Weil ich sie jetzt stellen Du bist eben das Urgestein Von Pfadi Du bist seit 2009 Dort im Verein Und du bist 13 Jahre alt Als du zu Pfadi gegangen bist Wirst du dann nicht auch gerne Mal zu einem anderen Klub gehen Oder vielleicht sogar Einen Schritt ins Ausland machen Wie stehst du dem gegenüber? Auch eine spannende Frage Vor allem habe ich sie Schon öfters gehört Mit dem Ausland vor allem Ich habe das Gefühl In der Schweiz Hat sich Wint Auch nie ergeben Muss ich sagen Also ich hatte ein paar Angebote Aber Irgendwo durch musste ich sagen Winti ist für mich Der perfekte Verein Ich habe Von jung auf Viel Vertrauen Geschenk bekommen Und ich bin dann Sehr ein loyaler Spieler Und sage Hey wenn es für mich stimmt Wieso muss ich etwas verändern Und irgendwo durch Oder möchte ich vielleicht An den Verein etwas zurückgeben Das ist mal so Punkt 1 Und Punkt 2 Wir haben eine super Infrastruktur mittlerweile Wir haben ein super Publikum Wir haben eigentlich immer Vorne mitgespielt Das habe ich auch immer sehr attraktiv gefunden Von dem habe ich eigentlich Zwischen 18 und Ja zwischen 18 und 22 23 ist es Für mich ist es so präsent Im Kopf Ich möchte ins Ausland Ich möchte ins Ausland Ich bin einfach immer Gebremst worden Auch durch meine Verletzungen Die ich hatte Ich habe ja extrem viele Verletzungen gehabt Und ja ich habe Durch das hat meine Entwicklung Ein bisschen stagniert In dieser Zeit Oder es war vielleicht sogar Ein bisschen rückläufig Und es hilft natürlich Einfach auch nicht Auf dem Radar auftauchen In der Bundesliga Zum Beispiel Plus hat man ja damals Als Schweizer Spieler Hat man immer noch Ein schwieriger Stand Um auf Deutschland zu kommen Weil die haben Der Schweizer Markt Ist nicht so attraktiv Das hat sich ja jetzt Ein bisschen geändert Man sieht es geht immer mehr Und von dem her Es fragen mich ja jetzt viele Würdest du dann jetzt noch gehen Und ich sage immer Also ich würde die Option Sicher sehr gut prüfen Ich würde sie anschauen Ich habe eigentlich auch So eine Klausel So ein bisschen im Vertrag Dass man ins Ausland Müsste man anschauen Mit dem Verein Und sowieso Aber ähm Es müsste schon Ein sehr gutes Angebot sein Weil die einen Haben es mitbekommen Ich habe ja Eine Familie seit dem Januar Ich habe eine kleine Tochter Und das ist natürlich Nicht ganz so easy Dass ich sage Ich gehe jetzt einfach Sondern ich habe jetzt Verpflichtungen Und ich habe ein bisschen Verantwortung Und von dem her Es müsste ein super Angebot sein Das alles würde passen Und dann sage ich Auch da wieder Ich sage niemals nie Genau Das haben wir schon mal gehört Und da bewahrheitet es sich Wahrscheinlich auch wieder Dass man einfach offen bleiben Für Möglichkeiten Die entstehen Das Thema Verletzungen Es ist angesprochen Momentan ist ja gerade fit Man sieht es auf dem Spielfeld Läuft rund Alles Aber du hast eben mühsame Verletzungen hinter dir Gehört das einfach zum Handball dazu Oder sagst du Nein Das hätte eigentlich nicht unbedingt So kommen Ähm Ich glaube Also Handball ist schon sehr Ein körperlicher Sport Und ein sehr Ein physischer Sport Und ich glaube Dass Verletzungen dazu gehören Jetzt Ich glaube gerade so In dem Ausmass Wie es jetzt vielleicht bei mir war Ich glaube ich Nein das gehört nicht dazu Und rückwirkend Und das kann ich auch sagen Man trainiert dann vielleicht zu viel Und man geht Ja man geht vielleicht In jede Aktion mit 120% Die rückwirkend Aus dieser Situation konnte man nichts raus Und ich habe mit meinem Kopf Das Gefühl hatte Amol ich kann jetzt da noch irgendetwas Reissen Und da Und dann Dann verletze dich halt Und äh Darum glaube ich Es sind Gewisse Verletzungen Es sind Zufall gewesen Wie es dazugehört Und für andere Ich habe sicher auch Ein grosser Teil dazu beigetragen Ähm Aber eben Es ist im Nachhinein immer einfacher Zu sagen Man hätte es vielleicht anders machen Ein Blick Jetzt einmal eine grosse Schlagzeile gegeben Vier Operationen in acht Monaten Da musst du schnell aufklären Was war da los? Hey Ich habe mir Ich habe mich eigentlich Auf diese Frage vorbereitet Wer denkt dann Dass sie gestört wird Aber ich bin nicht mehr Auf vier gekommen Ich habe es eben gar nicht mehr Genau gewusst Weil ich weiss Dass ich vor Corona Also bevor da der Lockdown kam Und die Saison abgebrochen wurde Dort habe ich mir Bizeps Sehne abgerissen Das habe ich Das habe ich noch so präsent Und dann haben es mir die Geflickt Und dann habe ich irgendwie In der Reha gemerkt Ja Mein Knie tut eigentlich Eigentlich auch noch mega weh Und bei das Mal noch untersuchen Dann haben sie gesagt Ja Meniskus nicht so gut Dann müssen wir operieren Dann habe ich gesagt Ja gut Ich bin eh out Dann machen wir es Dann haben sie mir dann Der Meniskus noch ein Stückchen rausgenommen Dann war das auch gut Und ich habe schon seit Ewigkeiten Probleme gehabt So ein bisschen Abends beim Einschlafen Mit meiner Nase Ich habe schon ein paar Mal Eines auf die Nase bekommen Und dann bin ich die Mal noch untersuchen Dann hat es geheiss Ja die Nasenscheidenwand ist krumm Dann habe ich schon so gedacht Ja was machst du jetzt Oder Irgendwie warst du schon Zweimal unter dem Messer Ich glaube sie Oder ich glaube sie haben noch Die Schulteroperation Und dann habe ich noch Früher kam In die vier Einberechnet Auf jeden Fall habe ich dann noch mit dem Coach Mit Mati Brünker telefoniert Das weiss noch Ich habe gesagt Du Adi ich weiss Es ist etwas speziell jetzt gerade Und äh Aber äh Ich bin ja sowieso out Oder kann ich das nicht Auch noch gerade machen Und dann hat er gesagt Du schau Wenn du das Gefühl hast Es bringt dir etwas Und wenn du mir sagst Es verzögert es Deinen Heilungsprozess nicht Dann mach das noch Und dann habe ich wirklich Die Nasenscheidenwand Auch noch richten lassen Und äh Ja dann ist das irgendwie So entstand Und der Blick hat das natürlich Hat das aufgegriffen Und äh Ich bin ein paar Mal auf das Angesprochen worden Aber ich glaube wirklich Sie hatten noch irgendwie Eine Schulteroperation Die ein bisschen Früher war Und die haben sie In mir dort auch noch Drei genommen Aber ich bin nicht mehr Ganz sicher Ich habe den Überblick Ein bisschen verloren Mit all diesen Verletzungen Weisst du was sonst noch Alles gehabt hast Du sagst du es ja nur Bestimmte Phasen gewesen Gibt es sonst noch Ganz viele was da gehabt hast Ja es waren immer die gleichen Körperteile betroffen Ich weiss dass es angefangen Mit einem Handgelenkbruch Wo ich operieren musste Irgendwie 2.11 oder 2.12 Und dann war so Mein Knie Problematisch Da habe ich insgesamt Viermal operiert Dreimal ein Meniskus Und einmal habe ich ihn genäht Dann habe ich eben Die Schulter Dreimal operiert Ja Und einmal die Nase Das reicht eigentlich auch Absolut Auch ich als Handballerin Bin gerade ein bisschen geschockt Ich glaube alle Auswertigen denken Mein Gott so viele Verletzungen Also schon wenn eine normale Handballerin Handballer erzählt Aber das ist schon Ein bisschen extrem Bist du einer Wer zu wenig auf seinen Körper gehört hat Und vielleicht auch gerne mal Ein Voltaren mehr Eingeworfen hat vor dem Spiel Das ist ja so ein bisschen Problematik Was wir in unserem Sport haben Ja definitiv Also zu beidem Ich habe nicht wirklich Auf meinen Körper gehört Und was auch viele wissen Was auch kein Geheimnis mehr ist Rückwirkend Kann man sagen In dieser Phase zwischen 16 Und ich sage 20 Ist mir irgendwie Mein Körper Das Ästhetische Sehr wichtig Und dadurch bin ich vielleicht Mal noch Als ich in der Berufsschule Bin über den Mittag Anstatt nur Das Mittagessen Und ein bisschen relaxen Bin ich dann noch In den Gym gegangen Und irgendwie Squatten Bankdrücken Bizeps Das ist völlig sinnlos Also erstens Das haben wir wirklich Gar nicht gebracht Ich sage Ja hast du vielleicht mal Ein bisschen Muskulöser ausgesehen Aber Gebracht hat es dann gar nichts Das ist sicher das eine Also ich habe dort Zu wenig auf meinen Körper gehört Ich glaube wenn es Ein bisschen gezwickt hat Oder so Dann bin ich immer so Ja ist nicht so schlimm Ist schon gut Ja jetzt tut es Ein bisschen mehr weh Das ist immer noch nicht so schlimm Und irgendwann Ja dann Irgendwann Wenn du dieses Signal Vom Körper ignorierst Dann Dann wird es auch problematisch Und eben wie du angesprochen hast Ich glaube das mit Den Schmerztabletten Das hat auch ein bisschen Überhand genommen Dass man einfach Ja ja man nimmt mal Schmerztabletten Und ich habe mir jetzt Eigentlich so So einen Weg gefunden Wo ich sage Hey für Trainings Auf keinen Fall Nimm ich nichts mehr Wenn es nicht geht Dann geht es nicht Ich bin aber auch einig Ich sitze ja jetzt noch nicht Bei jedem Zwicker raus Weil ich sage ja Sonst würde ja niemand mehr trainieren Von uns Weil Profisport ist nicht wirklich Gesund für den Körper Es ist ja logisch Dass man da immer etwas spürt Aber ich sage dann gerade so Auf Ende Saison Oder wenn es um wichtige Spiele geht Da geht man ein grösseres Risiko ein Und dann sind Schmerzmittel Finde ich auch ganz okay Dann kann man das Kann man mal zu dem greifen So als Notlösung Ich persönlich hoffe auf jeden Fall Dass du auch mit dem Alter Ein bisschen schlauer geworden bist Bezüglich Verletzungen Das prägt einen ja auch Und wir ganz gerne wieder weg Von dem negativen Thema Das wir hier im Handball haben Wieder zu etwas Positiverem kommen Und zwar haben wir vor gut einem halben Jahr Im März 2020 War der HC Winterthur Und die Fadi Winterthur zusammen einen Tag der Inklusion In der AXA-Arena durchgeführt Und das Ziel war eigentlich Dass man eben Menschen Mit geistiger Beeinträchtigung Näher zum Handball herbringt Ihr seid da auch dabei gewesen Involuiert gewesen Wie war das? Also ganz etwas anderes Als Profi Handball sonst Absolut Vor allem weil wir eigentlich Nicht genau gewusst haben Was erwartet uns da Weil es einfach geheissen Hey Jungs Hat irgendwie ein paar Spieler gegeben Oder ich glaube Es war fast das ganze Team sogar dort Und es geheiss Hey ihr müsst dann und dann Geht ihr nicht in die Halle Und dann spielt ein bisschen Handball Und dann Wir dachten Ja gut dann gehen wir dort hin Und dann Das ist wirklich Also ich muss sagen Es war ein sehr schönes Erlebnis Einfach auch die Freude Zu sehen Von denen Es waren ja nicht nur Kinder Es waren ja auch Erwachsene Darunter Auch wie ehrgeizig sie waren Und wie Freude sie hatten Und dass wir dort sind Und die haben sich so Mühe gegeben Und von dem her Es ist eigentlich Am Anfang hast du das Gefühl Es ist vielleicht ein Mühe Dass wir dort dort Hingen mussten Aber es war eigentlich wirklich Megaschön Rückwirkend Bei uns gab es niemanden Die haben gesagt Das war jetzt aber Ein bisschen mühsam Und es haben auch gesagt Hey mega cool Megaherzig Und dann haben wir gesehen Wie Freude sie kamen Und wie sie sich Mühe gegeben haben Von dem her war es wirklich Ein sehr gelungener Event Es soll ja auch in Zukunft Eine Together League geben Wo eben so Special Teams Gegeneinander antreten Und ich glaube Da sind wir alle gespannt Was da noch auf uns zukommt Ja ich glaube Soviel zum dritten Teil Und zum Abschluss Gehen wir noch ins 1 gegen 1 We love Handball Der Handball World Podcast Countdown Ja 1 gegen 1 Ist das etwas Was du gerne machst Und hast vielleicht sogar Eine Lieblingstäuschung Das darf ich natürlich nicht verraten Nein aber 1 gegen 1 mache ich sehr gerne Sexy Magriff Oder 1 gegen 1 Also Wenn es dann zu viel wird Dann finde ich es Auch nicht mehr so cool Aber Grundsätzlich mache ich es eigentlich gerne Und so Lieblingstäusche Sagen wir so Ich kann alles Lassen wir mal so stehen Genau Und schauen wie du da schläfst Bei uns 1 gegen 1 Und zwar geht es so Ich sage zwei Begriffe Und du musst Möglichst schnell Die für einen entscheiden Also Starten wir Winterthur oder Bülach Bülach Luc Abalo oder Stefan Kretschmar Luc Abalo Lieber Abwehrgott Oder Topscorer Abwehrgott Voraussi Intervallläufe machen Oder im Kraftkeller pumpen Das ist klar Eigentlich Kraftkeller pumpen Bist du eher der Aggressivleider Oder der Taktikfuchs Aggressivleider Und beim Fussball Chancetod oder Goalgetter Goalgetter 100% Auto oder ÖV Ähm Irgendwie mittlerweile Bin ich etwas mehr mit ÖV unterwegs Weisse oder schwarze Socken Schwarze Fleisch oder Gemüse Ähm Immer noch Fleisch Und im Ausgang Barhocken oder Tanzfläche Tanzfläche Ich bin auf der Tanzfläche Immer Und zum Schluss Viel Geld Oder viel Freiheit Oh Das eine hilft für das andere Aber ich glaube mit Geld Geld allein bringt nicht zu viel Dann nehme ich viel Freiheit Super Danke, dass du mitgemacht hast Hast du es geschafft Vielen Dank auch für deinen Besuch Hier bei uns im Podcast von Handballworld Der hier präsentiert wird Von der Concordia Und von Spar Unterstütze auch du dein Team Bei jedem Einkauf Mit der Spar Handball App Von meiner Seite Vielen Dank zuerst mal Für die Einladung Und ja Liebe Hörer Ich hoffe wir sehen uns Ganz zahlreich In Bern Und wir beitschen uns da Zum Sieg Und dass wir die Kampagne zusammen rocken We love Handball Der Handballworld Podcast Wurde präsentiert Von der Concordia Gemeinsam gesund